Heyho Leute und Willkommen bei Internet Games. Endless war 4. Ich bin bei 3. Level. Ich hab heute den ersten Krieg durchgespielt. Und ich hab mir jetzt eine Aufnahme angehört und ich müsse eigentlich den Stefan auch hören. Das ist die Posten, was ich mach... oder war das die da? Ja. Und bei Stefan auch, ja, und bei Stefan sein Kanal sollt ihr auch mal vorbeischauen, wenn sie ... ... ... ... ... Gut, haben wir. Ne, wir müssen mich ja auch noch verstehen. Eigentlich bin ich eher der Typ, der was so neidert, aber damit es schneller geht... Oh, jetzt, der Böse, ich noch mal drauf. Oh, das ist so knapp. Ich muss jetzt erst genug irgendwie überschicken. Gut, das hat er jetzt, der Sterne ist schon wieder klein. Jetzt gehen wir mal da durch und ziehen wir da die ganze Munition rein. Schauen wir mal, ob wir diesmal sogar die Munitionsrate überall treffen können vom vorigen Mal. Okay, knapp, knapp, knapp. Ja. 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 Wenn euch das Internet Games nicht freut, dass ihr von etwa 4 noch habt, könnt ihr mir das sagen. Ich könnte mir das sagen, nachher schaue ich, dass ich was anderes schaffe zu spielen. Boah, jetzt kann ich mich schon wieder früher sein, hier bei D. Oder den kann ich mit jeder Wochensnipern, denn der erste Schuss geht immer genau da hin, wo man will. Das Mg. Eigentlich sieht man von den MGs Angst ab, nämlich die Kinder sauschne. Ich bin ein Puhigerst du. 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 Und ich bin schon wieder mit einem Level fertig, na super. Vier Minuten nehmen wir erst auf. Ich bin ein Puhigerst du. 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 Das finde ich so blöd, dass manche Spiele nicht funktionieren, das was wir mit der CD auch belohnen, vielleicht gibt es ein Aufnahmeprogramm oder so, oder vielleicht kann man es gar nicht aufnehmen. Ist nichts los. Dann geht es auch mit der Dämpfe. Das ist nichts. Das ist nichts. Das ist nichts. Das ist alles. Das ist nichts. Und dann ist nichts. Und das, dass das jetzt ein ziemlich schlecht geworden ist, aber wir kommen heute. Nichts anderes gerade. Also der ist da. Der ist da. Jetzt höre ich mal. Ah ja, den kann ich jetzt nicht gut bauen. Ja, haben wir da gut drüber geschaut. Der ist da auch noch böse. Scheiße. Aber der kommt mir gar nicht zu spät. Ich muss schlafen kurz. Jetzt haben wir nämlich schon das erste Level durchgespielt. Ich nehme mal eine Zeit lang auf. Eine Minute. Ich habe mich gut, wenn ich eine kleine Unterbrechung habe. Ich habe auch unter dem Stefan, weil ich halt hier halt auch nicht gerne habe. Nicht. Oh. Das ist nicht wahr. Ich nehme alle Videos. Post alle Videos. Was ich auf meinem Kanal oben habe. Das habe ich mit Stefan aufgehört. Ich sehe die Lohlachboot. Das ist ein bisschen wichtig. Das ist ein bisschen. Das erste Level haben wir zum Beispiel jetzt schon fertig, wir haben den Kliegbau, Inversion auf Italien. Da nehmen wir auch... Na, aus den... Davon gibts auch ein Dreierteil und Zarteil und ein Einzelteil, die ist 7 halt. Wenn ich spiele, würde ich eh nach Nummer 4 freuen eigentlich nicht so, weil wir da mit der Bounce einfach fahren. Sardinia, und da auf der Seite sieht man halt was das für ein Weg ist, was man da geschlagen muss. Zuerst starten wir halt. Jetzt sind wir halt da am Anfang, da haben wir uns durchgehalten. Schau, jetzt wäre ich eh schon wieder auf. Hallo? Kann ich noch mal helfen? Du meinst, hat sich aufgehängt? Ich bin schon bei der nächsten Mission, bei Italy. In Paranthesen, alles aufgeblummern während du weg warst, und ihr wird schon wieder 12 Minuten. also sage Tschau, und bis zum nächsten Video. Und der Stefan sagt... Ah, Tschau. Gut. Na, Tschau. Tschüss. Und bis zum nächsten Video.